Klavier und Rechthaltern, Guido hier, hallo. Wenn ihr mit euren Vorschlagsnoten nicht zufrieden seid, dann liegt das häufig gar nicht daran, dass ihr nicht schnell genug spielt, sondern das Problem ist, ihr kommt mit der anderen Hand links aus dem Tritt, während ihr rechts verzieren wollt. Und dann klingt ihr nicht mehr wie eine Eiskunstläuferin, die sich anmutig dreht, sondern wie ein älterer Herr, der über den Bordstein fällt. Was könnt ihr dagegen tun? Nehmt einfach die Stelle aus dem Stück. Hier. Und jetzt setzt ihr zunächst erstmal zwei Noten gegen eine. Ganz gleichmäßig. Gerne auch den Fingersatz wechseln, eins und drei. Und wenn das gut läuft, dann nehmt ihr drei Schläge auf ein. Wichtig ist, dass ihr einen festen Rhythmus findet mit links und der darf nicht durcheinander kommen von der rechten Hand. Dann nehmt ihr vier Schläge und so weiter. Ich hoffe, das war ein guter Tipp für euch. Probiert es aus, spielt Klavier, macht's gut. Ciao. Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020